Monsheim ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Alzei Worms in Rheinland-Pfalz. Sie ist Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Monsheim, der sie auch angehört. Monsheim ist gemäß Landesplanung als Grundzentrum ausgewiesen. Geografie Monsheim liegt an der Priem im südlichen Wornegau in Rheinhessen. Die Gemeinde umfasst die Ortsteile Monsheim und Kriegsheim. Zum Ortsteil Monsheim gehören auch die Wohnplätze Rüstermühle und Rehhof, zum Ortsteil Kriegsheim der Wohnplatz Wiesenmühle. Geschichte Vorgeschichte Das Priemtal zählt zu den altbesiedelten Landschaften. Auch aus der Gemarkung Monsheim liegen zahlreiche archäologische Fundstellen vor. Bedeutend sind die Funde aus Flur Hinkelstein. 1866 wurde hier beim Roden eines Feldes zur Anlage eines Weinberges ein Gräberfeld entdeckt. Dort stand ursprünglich ein etwa zwei Meter hoher Mencher, der im Volksmund Monsheimer Hinkelstein genannt und heute im Schlosshof von Monsheim aufbewahrt wird. Die Funde wurden durch den Mainzer Prähistoriker Ludwig Linden Schmidt untersucht und 1868 beschrieben. Der Wormser Arzt und Prähistoriker Karl Kühl schlug 1898 für die Funde aus Monsheim den Begriff Hinkelstein-Typos vor. Heute ist der Ausdruck Hinkelstein-Gruppe üblich Diese Kultur der Jungsteinzeit existierte etwa von 4900 bis 4800 vor Christus. Die Hinkelstein-Gruppe war hauptsächlich in Teilen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen verbreitet Geschichte. Die erste schriftliche Erwähnung des Ortes findet sich im Lorscher Kodex mit der Schenkung des Erlwin und Rugang am 18. November 773 über drei. Weingüter, eine Hofreite und einen Morgenland im damaligen Monsheim, dies ist eine von insgesamt sechs Schenkungen an das Kloster Lorsch. Der erste rhein-hessische Kulturtag fand am 24. und 25. September 1960 in Monsheim statt. Dabei wurde eine Gedenktafel am Schlossturm enthüllt mit dem Hinweis auf die beiden Monsheimer Schlossherrin Hans Christoph Freiherr von Gagern und seines Sohnes Heinrich Freiherr von Gagern. Die heutige Gemeinde entstand am 7. Juni 1969 durch Neubildung aus den Gemeinden Kriegsheim und Monsheim. Religion In Monsheim bestehen Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der Römisch-Katholischen Kirche und der Mennoniten. Gemäß Zensus 2011 waren 53,4% der Einwohner von Monsheim evangelisch 23,6% katholisch und 23% gehörten anderen oder keinen. Die zwei in der Gemeinde Monsheim befindlichen evangelischen Kirchen sind die Kirche St. Georg und die Kirche in Kriegsheim. In Kriegsheim befindet sich auch eine katholische Kirche, dessen Gemeinde vom Pfarrer in Pferdersheim aus betreut wird. Des Weiteren findet sich eine Mennonitenkirche in Monsheim. Die Mennonitengemeinde geht geschichtlich auf die Täufergemeinde in Kriegsheim zurück, die bereits in der Reformationszeit bestanden hat. Für 1601 werden 66 Personen genannt. Ein Teil der Gemeinde schloss sich 1657 den ebenfalls vor Ort aktiven Quäkern an. Diese gehörten in der Folge mit zu den ersten deutschen Siedlern in Germantown in Pennsylvania. 1681 werden 52 Personen genannt. 41 werden 1773 gezählt. 1818 ist es die erste Mennonitengemeinde im süddeutschen Raum, die einen ausgebildeten Theologen als Prediger anstellt. Im Jahr 2013 hat die Gemeinde 95 Mitglieder. Kinder sind in dieser Zahl nicht enthalten, da die Mennoniten Menschen erst taufen, wenn sie ihr eigenes Glaubensbekenntnis ablegen konnten. Politik Gemeinderat Der Gemeinderat in Monsheim besteht aus 16 Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in einer personalisierten Verhältniswahl gewählt wurden. Und dem ehrenamtlichen Ortsbürgermeister als Vorsitzenden, die Sitzverteilung im Gemeinderat FWG ist gleich freie Wählergruppe Monsheim e. V. Ortsbürgermeister 1958 bis 1994 Gerd Heinz Schilling 1994 Heute Michael Röhrenbeck Wappen Die Blasonierung lautet In geteiltem Schild oben in Rot ein goldenes Kreuz, unten in Blau ein rot bewährter silberner Adler. Das Wappen geht auf ein Gerichtssiegel von 1590 zurück. Kultur und Sehenswürdigkeiten Kulturdenkmäler Schloss Im 17. Jahrhundert wurde die alte Burg zum Renaissance-Schloss umgestaltet. Im Schlosshof befindet sich der Monsheimer Hinkelstein, ein wohl jung neolithischer Männhör. Punkt Siehe auch Liste der Kulturdenkmäler in Monsheim Wirtschaft und Infrastruktur Verkehr in Monsheim kreuzen die Bundesstraße 271 und die Bundesstraße 47. Der Bahnhof Monsheim liegt an der Rheinhessenbahn von Wingen am Rhein nach Worms. Außerdem beginnt in Monsheim die Zellertalbahn nach Langmeil, auf der im Sommer Ausflugszüge nach Hochspeier fahren, und die Pfälzische Nordbahn nach Neustadt an der Weinstraße. Am Wochenende sowie an Feiertagen im Sommer sind Fahrten mit dem Elsass-Express nach Wissenburg möglich. Weiterhin beginnt in Monsheim die Buslinie 921 nach Kirchheim-Bohlanden. Bildung Die Heinrich-von-Gagern-Grundschule ist seit 2005 auch als Ganztagsschule in Betrieb. Persönlichkeiten David Möllinger, deutscher Agrarreformer Friedrich Georg Philipp von La Roche, Starkenfels, Hessen-Kasselscher, Geheimrat und Regierungspräsident Ernst von Gagern, bedeutender Priester im Bistum Speyer Heinrich von Gagern, bedeutender deutscher Politiker, Präsident der Frankfurter Nationalversammlung Friedrich Baldwin, Freiherr von Gagern, Reichstagsabgeordneter Hans Rasp, Bibliotheker Frank Nonnenmacher, deutscher Hochschullehrer für Didaktik der Sozialwissenschaften und politische Bildung